Er ist einer der gefürchtetsten Killer von Bangkok. Eiskalt, präzise und taubstumm. Ein anderes Leben, kennt er nicht. Sein verletzter Freund Joe brachte ihm das Schießen bei. Nicht Achtung, hat ihn zu dem gemacht, was er heute ist. Bis er von ihm kennen und lieben lernt. Kong? Von? Jedoch, die Vergangenheit holt ihn ein. Bangkok Dangerous